hey freunde herzlich willkommen zum neuen video hier auf meinem kanal zweiter zwischenrunden vlog frieda gfc frieda gaming schaffen wir das erste platz zu werden guckt euch hier die hilfe ich jetzt rausfinden wir sehen uns am ende wieder macht es gut bis gleich Jawoll Dummy! Jawoll Dummy! Einmal stark noch! Komm weg! Komm weg! Stadion, komm! Stadion, komm! Stadion! Stadion, weg! Stadion, weg! Stadion, weg! Stadion, weg! Stadion, weg! Alter! Nicht abfüllen, die sich ab! Ja, schade! Schade, komm! Schade, Jungs! Schwierig! Ein, zwei, Leute! Stadion, weg! Stadion, weg! Jawoll! Ja! Ja! Jawoll! So geht's los! Ja, drei Minuten sind auch wieder vorbei! So ist es gut! So ist es gut! Aber gut! Wacht an! Ja! 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 Wow! Wow! Ja, ja! Wow! Wow! So ein bisschen was er! Man muss das hier! Die Afgall ist der Zoll. Oh, das ist links! Ja! Dann geht er dir auch! Ich glaube, der hat eine Minute noch. Ich glaube, noch eins wird sich sowas. Kämpfer kann er nicht. Das kann man ja nicht. So gut! Das ist gut! Das ist gut! Oh, nein! Oh, nein! Oh, das ist gut! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Blin! Das sage ich die Binsen. Naja! Naja! Alles strategic! Naja! Tja! Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, na. Oh, schade. Oh, schade. Oh, schade. Oh Mann! Voll gut! Na! Was ist das? Ich bin echt geil. Wow. Ah. Woo! Ja! 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 Woo! 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 Happy, da. Nein, das war groß. Von unten? Ja. Ey, könnte das nicht besser sein? Woho! Ich hab's schon gut auf Pablo. Pablo ist ein guter Schuss. Hör mich nicht so gut. Pablo ist ein guter Schuss. Pablo ist ein guter Schuss. Pablo ist ein guter Schuss. Ja, stopp! Lauf, lauf! Schuss! Call me bucky niggas, lucky that I'm innocent If I didn't have no morals, I'd be menacing How a nigga rapping, country's pretty ignorant Ha, he found a hook but still gon' go legitimate Ha, he fuck a bunch of bitches but they still respect the women He done rollin', it's another, he just got the windows tinted Homies got me in the back and I can never be forgiven In my bounds, man, and Jamin, I like your superstition Mm, 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 mm You can't have my phone number So, friends, as you can see Zwei Siege Ein und entschieden Hat aber leider nicht gereicht Für Platz 1 In unserer Gruppe, in unserer Zwischenrunden-Gruppe Durchs Torverhältnis wurden wir leider dann nur Zweiter Da hätten wir in der Hinrunde, wo das eine Spiel Nicht verlieren dürfen Sonst wären wir jetzt wahrscheinlich Erster Ja, ich hoffe es hat euch gefallen Das Projekt ist bald zu Ende Es kommt noch die Finalrunde in zwei Wochen Also jetzt kommt eine Woche auf jeden Fall kein FZP der Gaming Video Dafür vielleicht was anderes Mal gucken Kommt dann auf jeden Fall zum Finale vorbei Am, genau, am 5.7. kommt er gerne vorbei Zur Finalrunde Uniliga Es wird geil, es wird viele Leute da sein Kommt gerne vorbei Und guckt an, wie wir abschneiden Im 8. Finale stehen wir, Gegner steht noch nicht fest Macht's gut, lasst gerne ein Like und ein Abo da Bis dann und ciao